So, da bin ich auch schon wieder. Nachdem wir die letzte Folge mit einem kleinen Gedankengang zum Dating beendet haben, wegen diesem Okay von Jenny. Das hatte ich glaube ich dann auch gesagt, es ist mir schon so oft passiert, hast du dann ein Match oder was, oder kommst, vielleicht auch nicht beim Online-Dating, vielleicht über Insta, Facebook mit einer ans Gespräch. Ähm, schreibst voll viel, es geht, ne, fängt super an und dann kommt auf einmal nach, auf so ein Fünfzeiler von dir oder so, einfach ein Okay oder ein Affensmiley. Dann, liebe Männer, wisst ihr Bescheid, lasst es sein. Aber ich verstehe dann halt immer nicht, warum die dann überhaupt Kontakt suchen. Wisst ihr, was ich meine? Das wollte ich noch so loswerden. Naja, egal. Ich steck da nicht drin, in der, ähm, klingt auch ein bisschen falsch. Aber, ja, man weiß es nicht, man versteht es nicht immer. Andererseits sagen Frauen natürlich von den Kerlen auch immer, sie verstehen sie nicht. Egal, wollen wir mal weitermachen? Endlich, das Thema hat mich genervt, vielleicht klärt ihr das mal privat unter vier Augen. Immer muss er seinen Senf dazugeben. Caro, vielleicht machen wir das. Jenny, sorry, Leute. Sorry, Leute oder sorry, Leute? Ich gehe mal frische Luft schnappen. Oh, oh. Oh, scheiße, was ist das denn? Dein Herz wurde auf dem Love Radar geortet. Welche der beiden Anfragen möchtest du annehmen? Oh, ich würde die rechte nehmen, glaube ich. Aber wir können auch mit beiden schreiben, ne? Guckt mal. Mit beiden schreiben, ja. Du scheiß Gigolo. Genau deswegen reagieren wir Frauen so, wie wir immer reagieren. Ja, das ist aber nur ein Spiel, ne? Das würde ich in echt tatsächlich nicht so handhaben. Auch wenn es viele Kerle und viele Leute heutzutage so machen und ganz vielen schreiben. Ich bin da kein Fan von mit vielen gleichzeitig schreiben, vielleicht mit vielen noch gleichzeitig treffen, um am Ende dann so eine To-Do, äh, To-Do, Pro- und Konta-Liste am Ende zu führen. So nach dem Motto, ja, okay, ähm, die hat mehr Plus, die hat mehr Minus, also muss ich jetzt die nehmen, so. Ich bin tatsächlich so ein Herzensmensch, Bauchgefühlmensch, Herzmensch, ne? Der einfach sagt, hey, ich hab Interesse, der das merkt und dann bleib ich auch bei der dran. Und entweder das klappt oder nicht, aber in der Zeit doch nicht. Da hat man doch gar keinen Bock drauf, da so viel Energie und, naja, egal. Ich will nicht wieder abdriften, es tut mir leid. Ähm, ihr seht, das ist ein Thema, eine Thematik, die mich auch aktuell ein wenig beschäftigt. Ähm, achso, wir müssen hier rausgehen, ne? Oh, Julia ruft direkt an. Hallo, Julia. Hi. Sorry, falls ich dich gerade überfalle, aber ich dachte mir, auf diese Art ist es etwas persönlicher. Ich würde mich mega freuen, wenn du Lust hättest, dann will ich mit mir zu schreiben. Achso, und ich bin übrigens Julia. Hey, dieses, dieses Zwinkern. Habt ihr das gesehen? Ja, das ist das, was ich meinte, tatsächlich, das ist eine Sache, die ich vor allem heutzutage mega cool finde. Wenn eine Frau nicht sagt, äh, der Kerl muss den ersten Schritt machen, so ungefähr, die Frau liegt auf der Couch mit ihrer Tafel Schokolade in der Hand, ähm, ne, liegt da faul rum, frisst sich die Schokolade rein und denkt sich, ja, der Kerl muss ja machen. Der muss machen. So, ne? Völlig weiß ich nicht. So, wenn ich die Frau bin, sozusagen, und denke, hm, er hat noch nichts geschrieben, aber vielleicht taut er sich ja auch nicht so richtig, oder keine Ahnung. Mensch, ich hab damit kein Problem kommen, das machst du jetzt einfach mal. Wer weiß, was du dadurch verpasst, ohne irgendwelche Schubladengedanken zu haben. Ja, finde ich total cool. Mag ich total heutzutage. Da denkt aber halt jeder auch anders drüber, ne? Das mag durchaus auch immer noch die geben, die sagen, nee, der Kerl muss den ersten Schritt machen. Ähm, halte ich aber nicht viel von. Wie gesagt, dann kannst du als Kerl auch sagen, okay, dann gehörst du später auf jeden Fall auch an den Herd. So, ne? Einfach dieses... Ihr wisst, was ich meine. Dieses stumpfe Denken. Finde ich cool, auch mit der Videonachricht hier. Müssen wir nicht mal reagieren? Na, störe ich dich gerade? Julia, ähm, wir gehen mal auf dein Profil, ne? Ich glaube, mein Handy ist süchtig nach mir. Ja, das glaube ich auch. So, gucken wir mal hier rein auf die Bildchen, ne? Das ist die gute Julia. Essen muss auch dabei sein. Das sind doch manchmal immer so typische Bilder, ne? Die ähneln sich ganz oft immer. Hat sie hier irgendwas? Folgt mir auf Insta. Mein Facebook. Wer geht mit mir hin? Notizen hat sie nicht. Wer geht mit mir wohin? KitKat-Club. The Human Project. Dank euch wieder real und mit allem, was dazugehört. Der KitKat-Club war, ist und bleibt hedonistisch, natürlich bunt, lebendig, musikalisch und kinky. Einfach Raum zum Freisein. Hier geht es zu unseren aktuellen Veranstaltungen. Weltklub Hauptstadttheater. Theaterstücken, Livemusik, Filmprojekten. Okay. Ich scroll hier einfach mal. Kann ich das Moment? Ja, kann ich? Oh. Es geht ja noch weiter hier, ne? Oh, oh. Oh, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Oh. Ähm. Ich lese das jetzt mal nicht. Ich scrolle hier, falls ihr möchtet. KitKat ist recht, das ist uninteressant, glaube ich. Falls ihr möchtet, könnt ihr ja pausieren oder verlangsamen oder so, ne? Dann könnt ihr euch das hier selbst durchlesen. Am Anfang habe ich das gemacht. Ähm. Ja. Aber das wäre jetzt, das würde jetzt natürlich das Let's Play ganz schön in die Länge ziehen. Wenn wir jetzt hier alles einzeln durchlesen würden. Hier sind jetzt auch noch Insta-Links, ne? Mhm, 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 mhm. Nachspiel. Das hat ein Nachspiel, meine Freunde. Okay, okay, okay. Ja, spannend. Ähm. So würde ich übrigens auch die, ups, Insta-Profile durchgehen, ne? Mit ein bisschen Speed. Musik aus einer anderen Zeit. Ja. Ähm. Ähm. Wie ist denn das, wenn ich jetzt auf zurückklicke, komme ich dann wieder, ich bin mir nicht sicher. Ich nehme aber noch auf. Ja, passt. Okay. Ähm. Insta-Facebook mache ich noch nicht, ne? Würde ich nur auf Anfrage machen, beziehungsweise wenn vermehrt Kommentare kommen würden. Ähm. Wo dann einfach gesagt wird, hey, ja, mach das ruhig mit den Insta-Profilen, ne? Ich sag mal, wenn ich so drei Kommentare insgesamt oder sowas habe, dann können wir das vielleicht machen. Ähm. Was mir aber noch einfällt. Wartet mal. Ähm. Okay. Äh, ich hab grad gerechnet, wie ich die Folgungen fähre, wie lange ich die mache. Haben wir bei Cleo raufgeschaut? Haben wir, ne? Ja. Ja, ich, wenn ich im Auto singe. Okay, dann antworten wir mal der Julia. Finde ich auch cool in dieser Dating-App, ne? Du störst tatsächlich ein bisschen Skolle nur durch Social Media. Du störst absolut nicht. Ist auch gemein, dass wir hier alles anflirten, ne? Aber meine Favoriten sind tatsächlich bisher Alicia und Betty. Perfekt. Wobei das Video von ihr auch echt sympathisch war, ne? Dann direkt mal ein kleines Gedankenspiel. Wenn die Frauen mal in echt so wären, ne? Angenommen, wir würden auf ein Date gehen. Was soll ich anziehen? Worauf stehst du? Äh, basic, eine Jeans und ein schönes Top. Sehr weiblich, Kleider, Röcke oder sowas. Äh, Röcke, sowas. Das ist nichts, was ich in den ersten 10 Minuten mit dir besprechen möchte. Was steht denn zur Auswahl? Premium. Ähm, ich werde so sagen, kommt immer ein bisschen auf die Person an. Und was man macht. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie schick essen geht, kann man durchaus auch ein Kleid, ein Röckchen anziehen, ne? Oder wenn man so feiern geht oder so. Ich mag aber auch tatsächlich Mädels, muss ich sagen, ja, die einfach so in so normalen, einfach ganz normale Straßenklamotten so rumlaufen, ne? Wisst ihr, was ich meine? Einfach so, wie sie gerade Bock drauf haben, ne? Die aber auch ab und zu sich gerne mal, also die sich ab und zu vielleicht auch mal so ein bisschen schicker machen, ne? Aber halt nicht übertrieben, so. Ähm, ein großes Stichwort, finde ich, ist Individualität. Das ist ganz wichtig, finde ich. Also es muss halt immer passen und die müssen das anziehen, wo sie Bock drauf haben. Und ich finde, das merkt man denen an. Ob, ob, ähm, das merkt man den Personen an. Ob die Person wirklich stumpf nach irgendwelchen Trends geht. Jetzt mal als Beispiel, äh, heutzutage ist voll der Trend, dass sich alle irgendwie, keine Ahnung, das, die ganzen Körper zu piercen lassen oder tätowieren lassen. Oder diese, oder pumpen gehen oder diese komischen Modebrillen tragen, obwohl sie keine Brille brauchen. Ähm, einfach weil es trendy ist, finde ich irgendwie unspannend. Einfach weil es, du siehst den das ein bisschen anders, dass die es machen, weil es einfach Trend ist. So, ne, natürlich mögen die das irgendwo dann auch, aber, ja, ich finde, sowas sollte man machen, wenn man wirklich Bock drauf hat, ne. Und nicht einfach sich irgendwie zu kleistern, mit irgendwas zu klatschen, nur weil gerade die Gesellschaft, ja, weil es irgendwie in der Rangliste der Gesellschaft gerade weit oben steht oder so. Was steht denn zur Auswahl? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr versteht mich eigentlich in meinem komischen Gelaber hier. Es dürftet ja hier bald in Vlogs ab. He, he, kann dir Fotos von zwei Outfits zeigen, die ich mir gestern gekauft habe? Habe die eh noch auf meinem Handy. Na klar. Boah, ist schwer. Welches gefällt dir besser? Finde ich cool, dass die aber so direkt ist, ne. Ja. Also, ich muss sagen, das hier ist mir zu, 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 äh, Wildtier mäßig. So, ne, es gibt, also manche mögen das so. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, das Oberteil. Aber, ich finde, jetzt zumindest für so ein erstes Date oder so, finde ich das eigentlich, macht einen guten Eindruck. Das Leopardentop finde ich klasse. Kompletten Schwarz finde ich super. Obwohl ich eigentlich nicht so der große Fan von Schwarz bin, ehrlich gesagt. Schwarz und Weiß. Wobei es bei Klamotten nochmal eine andere Geschichte ist als bei Autos. Bei Autos finde ich es ganz langweilig. Ähm. Bei Klamotten kann es gut aussehen, wenn man es gut, äh, kombiniert, ne. Ich ziehe zum Beispiel auch gerne mal ein weißes Oberteil an, ein weißes Hemd oder so ein V-Ausschnitt oder so. Ähm. Mit, ähm. Ja. Also ein Shirt und dann vielleicht ein blaues Hemd drüber oder halt blaue Jeans. Da auch noch weiße Schuhe oder sowas. Wenn man es ein bisschen leicht kombiniert, ist es eigentlich ganz geil, ne. Da mag ich Weiß ganz gerne. Aber nur Weiß ist schwierig. Wir hatten tatsächlich, ähm, witzigerweise mein Instagram-Profil, ne. Das ist auch mein letzter Instagram-Post. Post? Ähm. Da ist tatsächlich mein Profilbild noch. Da hatten wir so eine, ne, war ich auf so einer Feier, wo das Motto All White war. Aber das Schwierigste war tatsächlich die Hose. Da konnte ich mir zum Glück eine leihen, weil kaufen wäre schwierig gewesen, weil man sich da halt nie, die hätte man nie nochmal angezogen. Zumindest, ja. Wenn dann sehr, sehr selten. Und da habe ich ein Bild von gemacht. Also zumindest obenrum, da ist mein Profilbild. Da habe ich halt ein weißes neues Hemd, was auch ganz cool ist, das Hemd. Und dieses Shirt, was ich gerade meinte, mit diesem V-Ausschnitt an, dazu so eine Kette. Das ist auch mein Profilbild aktuell auf Insta. Wer mal gestalkt hat. Ähm. Ja. Ich finde das war dann halt schon ein bisschen too much. Also für das Bild nur obenrum so ging noch, finde ich. Ähm. Aber mit der weißen Hose und weißen Schuhe sieht es halt schon ein bisschen aus wie Dr. Guckel Frank. Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Ähm. Ja, ist schwierig. Und genau so finde ich das bei Schwarz. Aber Schwarz geht besser, wenn du es nur machst. Aber, ja, ich mag sowas Kombiniertes, wenn du so einen Tick, so einen Touch Blau dann vielleicht dabei hast beim Weißen oder sowas, ne. Ähm. Aber egal, ist ja auch alles Geschmackssache, ne. Wirkt auf jeden Fall elegant. Nächste Frage. Was wäre für dich der perfekte Ort für ein erstes Date? Uh. Ich wollte schon immer mal in ein Dunkelrestaurant. Was ist denn das? Mini-Golfen finde ich zur Abwechslung mal ganz toll. Ein Wellness-Spar stelle ich mir entspannt vor. Kommt auch ein bisschen auf die Person an, ne. Restaurant. Ich finde Mini-Golfen tatsächlich ganz cool. Weil, wisst ihr warum? Weil wenn man ein erstes Date hat, ne. Und du sitzt dann in einem Restaurant. Es ist nicht jedem gleich voll angenehm, vor nahe noch fremden Personen zu sitzen. Man sitzt da nur zu zweit, muss irgendwelche Gesprächsthemen finden. Wo man vielleicht Schwierigkeiten hat. Und wenn da nicht eine Person von beiden quasi so ein bisschen das Gespräch leitet, dann wird es immer ganz schnell unangenehm und schwierig. Und was halt auch noch unangenehm ist, was auch nicht jeder gerne macht oder abkann, ist halt, ähm, ja, so vor anderen, das klingt doof, aber es ist, glaube ich, teilweise sogar eine richtige Phobie, ähm, vor anderen Leuten essen. Ne, ihr kennt das vielleicht oder so, wenn ihr, ähm, das mag ich persönlich zum Beispiel gar nicht. Das ist jetzt keine Phobie in dem Sinne, glaube ich, aber es ist einem unangenehm. Einfach, ähm, wenn man jetzt mit anderen Leuten zusammen isst und nebenbei läuft Musik oder der Fernseher ist an, das sprich so ein bisschen Hintergrundgeräusche dann, ne, gegeben sind, ist ein Riesenunterschied. Ähm, zu der Situation, wenn es ganz, ganz still ist und man sitzt da und isst vielleicht auch nur mit einer anderen Person. Dann hört man jeden einzelnen Bissen quasi, jedes einzelne, ne, Kauen, das ist super unangenehm, finde ich. Wenn man nicht gerade in einem tiefes Gespräch verwickelt ist, wodurch der Rest dann so ein bisschen untergeht, ne, ist ein bisschen anders, wenn du jetzt mit 20 Leuten sitzen würdest, wo die allgemeine Geräuschkulisse sowieso ein bisschen höher ist, ne, ein bisschen lauter ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Was ich dann bei Minigolf cool finde, wenn man mal sagt, man macht irgendwas direkt, ne, dann hat man immer noch dieses kleine, wie sagt man, so ein bisschen eine Möglichkeit auszuweichen, indem man dann so ein bisschen auf dieses Spiel gerade eingeht, auf den Schlag, den man gerade gemacht hat oder so. Also, ist ein bisschen ein Vergleich zu vergleichen mit, ihr kennt sicher auch die Situation, wenn ihr dann mit Leuten, ähm, mit Leuten quasi irgendwie ins Gespräch gekommen seid, ne, ihr trefft irgendwen und der hat einen Hund dabei oder so oder ihr habt Besuch und euer Hund oder eure Katze oder keine Ahnung kommt dazwischen. So, das Gespräch, ihr merkt schon, es ist ein bisschen schwierig, man muss ein bisschen was aus der Nase ziehen und keine Ahnung und, hm, das könnte in eine unangenehme Richtung gehen. So, und dann kommt aber die Katze um die Ecke und hüpft euch an oder was auch immer oder der Hund und dann ist gleich dieses Tier ganz schnell so ein Gesprächsthema. Ähm, ein bisschen so wie manchmal dann das Wetter, wenn das schlecht ist oder so, dass man das so ein bisschen kommentiert, einfach weil man das Gespräch irgendwo aufrechterhalten will, aber man weicht so leicht aus. So, wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt ganz cool, wenn man sowas wie jetzt Minigolf macht, ist nicht schwer, kann irgendwie jeder ein bisschen und, äh, man kann nebenbei quatschen, man kann nebenbei sich ganz gut unterhalten und man kann ja immer noch, das darf man bei solchen Dingen nie vergessen, finde ich, kann man ja immer noch sagen, man geht Minigolfen, erstmal wird alles dadurch lockerer, das Eis ein bisschen gebrochen und danach setzt man sich noch irgendwo in ein Restaurant oder so rein oder eine Bar oder sowas, kann man ja kombinieren, ne? Deswegen, Leute, Wellness, würde ich sagen, könnte man mal ein zweiten, dritten Mal machen, aber, ähm, deswegen würde ich auch sagen, Minigolfen und schon wieder komplett abgedriftet. Ich sage, ich sollte bald mal so eine eigene, ähm, Guckels-abendliche Talkstunde, ähm, aufnehmen. Fällt mich mal, dass ich nur da einmal draufgehen würde, ob das wirklich irgendjemanden interessiert. Das würde, das interessiert mich mal tatsächlich, ob das wirklich jemanden interessiert, was ich hier labere. Ob da jemand wirklich gerne zuhört. Das bitte mal kommentieren, das würde mich mal interessieren. Oder ob ihr dann wirklich denkt, boah, jetzt fängt der schon wieder an hier mit dieser Scheiße, der soll weiterspielen, der Affe. Und hier nicht, äh, die Jenseite da irgend so einen Quatsch da labern. Würde mich mal stark interessieren. Minigolfen? Die Idee finde ich total süß. Bei mir in der Nähe gibt es einen Minigolfplatz, der direkt am See liegt. Vor allem abends ist das echt romantisch. Ja, seht ihr? Voll geil. Würdest du dich eigentlich romantisch nennen? Ja, sehr. Nee, leider überhaupt nicht, würde ich schon von mir behaupten. Ja, definitiv. Bin ich. Finde ich sehr schön, ist echt selten geworden. Ja, da stimme ich dir zu. Ich muss unser Gespräch leider unterbrechen. Ach, nee, schade. Die ist aber echt nett, ne? Muss meinen kleinen Bruder noch zum Fußballtraining fahren. Lass uns später gerne hier weitermachen, wenn du Lust hast. Boah, wie fies wenig wir aber auch schreiben, ne? Normalerweise ist es immer umgedreht. Ich dachte, da oben steht Schwanz. Schwarz schon da. Melde dich einfach, wenn du wieder zurück bist, gern. Schauen wir mal. Ja, gern. Aber hier haben wir keinen Beziehungsstatus, oder? Doch. Komisch. Wundert mich, dass wir hier noch nichts verbessert haben. Kommt vielleicht auch erst später. Ein bisschen mehr. Daumen nach oben. So, Freunde. Jetzt kommt die Jasmin. Die ich vom Optischen her von den beiden bevorzuge. Oh. Sie hat geschrieben und dann Oh Gott, zu früh abgeschickt. Ach, Mensch. Das finde ich schon cool. Das finde ich schon einen guten Start. Na ja, auf jeden Fall. Wir werden sehen, wie es mit der Jasmin weitergeht. Die hätte ich bevorzugt von den beiden. Einfach von meinem optischen Geschmack her. Allerdings hat die Julia Riesen-Pluspunkte gesammelt. Allein dadurch, dass sie sich uns angeschrieben hat. Wobei, ich glaube, diesem Spiel schreiben die uns alle an. Es ist tatsächlich nicht die Realität. Ein Normalfall würden... Nein, ich möchte jetzt nicht wieder abdriften. Aber im Normalfall würden irgendwie 90% darauf warten, dass wir halt den ersten Schritt machen. Und wenn wir ihn machen würden, würden sie uns wieder löschen. So ungefähr. Aber, ähm, ja. Aber ich fand's cool, dass sie dieses Video halt geschickt hat. Ne? Äh, Julia. Wirkt sehr, sehr sympathisch. Und sehr viele Fragen gestellt. Und sehr neugierig. Finde ich cool. Ist selten heutzutage. Und ich bin gespannt, wie's mit Jasmin weitergeht. Da würd ich aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Zwischendurch ein kleiner Reminder, wie immer. Sonst kommt er ja immer von den Minispielen, aber hier ist es diesmal anders. Ähm, ja. Vielen, vielen Dank an alle fürs Zuschauen, fürs, ähm, dranbleiben, fürs immer wieder einschalten. Und für die neuen Abonnenten, hallo erstmal an alle. Und vielen Dank, dass ihr, ja, meinen Kanal entdeckt habt. Wahrscheinlich durch Argus, kann ich mir vorstellen. Durch die Ablo eher weniger. Aber, ähm, durch Argus eventuell. Und da sind ja jetzt ein paar seit Argus schon tatsächlich dazugekommen. Vielen Dank dafür. Und, ähm, ja. Alle, die neu dabei sind oder es noch nicht getan haben, lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Und wenn ihr möchtet, sogar ein Abo. Und da vergisst dann nicht, die Glocke zu aktivieren. Und wer möchte, kann mir auch auf Instagram schreiben, mich auf Instagram kontaktieren. Ist ein bisschen einfacher. Wer irgendwelche Fragen hat oder gerne Feedback geben möchte. Habe ich auch schon, nicht in Massen, aber ein paar weniger haben tatsächlich auch schon mal geschrieben. Was mich auch super gefreut hat. Allein die Tatsache, dass man auf Instagram angeschrieben wird, weil jemand deine YouTube-Videos gesehen hat. Das hat mich schon super gefreut. Ne, allein diese Tatsache und das dann wirklich Leute einem dann auch Fragen stellen und auch Feedback geben. Und teilweise wirst du auch gefragt, hey, wann kommt die nächste Folge oder sowas. Ich freue mich da jedes Mal mega drüber, wenn sowas kommt. Ja, also wenn ihr möchtet, gerne reinschauen. Gerne, wenn ihr Fragen habt oder so. Also, ihr braucht euch nicht zurückhalten, auch wenn es vielleicht ein bisschen dauert, dass ich dann mal antworte oder sowas. Aber ist nicht schlimm. Ich kriege keine Massen an Nachrichten oder so. Das ist jetzt nicht. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich werde jetzt auch gleich noch nach einer Pause weitermachen. Denn heute ist mir einfach so danach. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht es gut.